Propaganda. Jetzt noch Propaganda, ja? Empfehlungsschreiben von wem? Hauptmann Röhm? Nie gehört. Aus München. Na gut, soll reinkommen. Herein! Wenn's kein Schneider ist. So, so, extra aus München hergeflogen, ja? Wie war nochmal der Name? Hitler. Adolf Hitler. Und Sie wollen also Propaganda-Leiter bei uns werden, richtig? Jawohl. Und wie stellen Sie sich das vor? Ich spreche zu den Massen. Sie? Also bei aller Liebe, Herr Hiller? Hitler. So dürftig wie Sie aussehen und sprechen, da lachen sich die Massen ja tot. Fliegen Sie mal schön wieder zurück, wo Sie hergekommen sind, nach München. Clowns können unsere Bewegung nicht gebrauchen. Gute Reise. Jerhiss. Gute Reise. Jerhiss. Bis zum nächsten Mal.